Wunderschönen guten Morgen, Freistagmorgen, es ist gleich nach 6 Uhr, wie ich war eigentlich morgens, außer ich fahre irgendwo, ich muss irgendwo hin, Kilometer fressen. Ich habe den 9.36 Uhr noch geladen, haben wir heute Morgen runter nach Rockenhausen. Im Anschluss entweder einen unserer R938 oder KMC, weiß ich noch nicht genau, dann fahre ich dann. Einer geht glaube ich nach Freinsheim und ein Packer geht nach Lachenspeierdorf von den beiden. Welcher jetzt wie, wo, was, wie gesagt, fahre ich dann, wenn es soweit ist. So, jetzt rollen wir erstmal Richtung Rockenhausen. So fern, bin jetzt mal gespannt, leg ich jetzt mal den Gang ein. Ha, er bleibt, alles gut, Attacke. So, Hauptsache leer. Der Bagger steht hier rechts neben mir, kann man gerade nicht sehen. Ach ja, so fahre ich hoch nach Sembach, steht unser 9.38. Und der geht nach Neustadt raus, nach Lachenspeierdorf glaube ich war das. Ich bin schon in Lachenspeierdorf, oder hier. Es ist einfach schweine Halt raus. Ach, nicht. So, das hier kommt alles weg. Wird alles, alles weggerissen. So, ich drehe jetzt schnell. Ich drehe mich schon lieber an den Zaun. Sorry, ich muss kurz nerven. Das war's schon. Ein paar Gästelle mit daher. Hier kommt noch die ganze Boteplatte, wo man gerade drauf hat, das kommt alles weg. Wird alles neu. Der ganze Entwässerungsplan und Kram wird alles neu gemacht. Kommt alles weg. Ich weiß gar nicht mehr, man geht nicht mehr. Ach, Quebec types, ich weiß gar nicht mehr. Ich stehe mir viermalen. Wie ist die Marke zu machen? Na und. No, dann hier noch da gehauen. Was ich nicht mehr? Oh, wheels! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im out 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 WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im out 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 WDR mediagroup GmbH im out